unser türchen heute zeigt eine kerze die meine tochter gemacht hat und zwar sieht man da das jesuskind in der krippe einen stern mit einem engel das ganze haben wir dekoriert zusammen was meiner tochter großen spaß gemacht hat meiner kleinen tochter und zwar ist dieser stern aus holz mit einem herzen ständer aus metall in der mitte darauf kam ihre kerze innen rein haben wir moos gelegt zitrusscheiben koniferen zapfen nüsse und die goldenen plastik kügelchen das geht ganz schnell macht riesen spaß kostet nicht viel macht ein wunderschönes licht wenn wir abend essen steht diese kerze immer mitten drauf ein zitat für heute alles ist möglich in dieser welt diese voll ist von überraschungen und unmöglichkeiten die welt steht dir offen